Wir wollten hier den Rechtsraum. Da hinten ist das eben auch. Wir sind in Holland. Nach der 6. Jahr 2013. Die Straße ist von Kirchdorben. Hier stehen wir da kurz. Wollmire. Da hängt das Warnschild. Das hängt erstmal schon schief. Das sind geradebacken hier. Aber sonst so. Schleswig-Holstein-Farben. Flacken und Deutschland. Hier auch ein Rolland. Freisiger Zug, ne? Ja, freut sich. Rechts vor links, ne? Auch hier vielleicht rechts vor links, das weiß ich nicht. Da kann doch nichts rein. In Kirche. So, dann fahren wir links rum. Hier zu. Das ist ja eine Straße. Auch hier mal mit neben. Du siehst. Die Natur der See. Überall haben sie so ne Adler da. Da ist auch hinten einer. Ja. Ja. Ich glaube, das machen wir uns da mit dem Adler. So, das wir hier längs. sieht ja auch gesund aus hier das war jetzt voll wie der 8.6. der 2.1 das war geradeaus Oh, pass.